Musik Da liegt ja echt immer noch Schnee rum. Ja. Wann ist das schwierig, wenn man mit dem Mittelfinger nicht die W-Taste drücken kann? Nur Beschwerden von meinen Angestellten. Ja. Wo seid ihr denn? Wir holen dich ab. Bleib da, wo du bist. Ja super, jetzt kann ich hier warten. Wir sind in 1,4 Kilometern bei dir. Nein, er ist schon weitergefahren. Okay, ich bleib jetzt hier am Straßenrand. Und, dass mich irgendjemand erschießt. Nimm die Einladung an. Ich weiß doch nicht wie. Handy aufmachen, unten rechts die App. Und wie mache ich das Handy auf? Ähm, Pfeiltaste hoch. Pfeiltaste hoch, okay. Unten rechts. Hier ist CQ-Surf. Ja genau, fahre, ja. Mitarbeiter. Was? Von der Allianz? Ja. Ich bin aber Hordler. Pfeiltaste hoch. Pfeiltaste hoch. Pfeiltaste hoch. Pfeiltaste hoch. Da aber 0% Gehalt ist, kriegen wir kein Geld, ne? Doch, ihr kriegt da Hilfe. Pfeiltaste hoch. Einsteigen jetzt. Ich kann nicht mal aussteigen. Alter, ich kann echt nicht... Okay. Bleib schön sitzen, ich versenke das Auto mehr. Nein! Gleich mal die Schwimm-Challenge. Apropos, was gibt's denn für Challenge? Man müsste eigentlich bald angekommen, oder? Challenge? So, Online-Challenge da. Pff, ich start meine eigene. Fehler von vorne? Vorbeigerast? Gut. Kannst du auch normal fahren? Auf Schnee nicht, nein. Was betritt das Bergungsgebiet? Wie lange ist denn der Schnee noch? Was ist das? Keine Ahnung. Das ist eine VIP-Herausforderung, Christian. Aha. Du musst unter Wasser tauchen und so Kontrollpunkte einsammeln. Gibt ganz gut Geld. Am Anfang ist es 50, dann 100 und 500 ist das Maximum, aber es gibt halt 50 Punkte und wenn du es abgeschlossen hast, kriegst du irgendwie 20.000 Dollar. Die Polizei sucht uns. Ich weiß. Egal. Tutut. Juhu, Wasser. Nimm den Weißen, der passt zu mir. Wer hat da bitte eine Granate an mich angeheftet? Das ist keine Granate. Unter Wasser hast du so einen Signalfackel am Gürtel. Wo müssen wir jetzt hin? Auf das gelbe Gebiet. Und was passiert da? Ich hab nicht aufgepasst. Du musst jetzt tauchen. Das ist nicht dein Ernst. Okay. Du hast Atemgeräte und in so grünen Kisten sind Atemgeräte drin, dass du unter Wasser bleiben kannst. Ich komm nicht mal runter. Wenn du die Umschalttaste drückst, dann schwimmst du geradeaus, mit W runter, mit S nach oben. Ich komm nicht mal runter. Shift und Leertaste. Ne, Shift und Leertaste. Ich hab schon Leertaste, okay. Ah ja, jetzt. Für mich überhaupt. Auf Shift. Auf Shift. Auf Shift. Auf Shift. Atemgeräte einsammeln. Sonst wird's kritisch. Oh, wir müssen auch noch Atemgeräte sammeln. Ich werd eh sterben. Wo sind denn welche? Ich sehe gar keine. Die sind so Kisten. Die grünen Punkte. Ich seh nur Geld. Geld, Geld. Wie geht die weg? Was denn für Kisten? Da oben. Die sind ein bissel weiter oben. Weiter oben? Nach unten? Nein, ich hänge fest. Okay. Genau, das ist so eine Kiste. Genau, Christian. Ja, die hab ich grad gesehen. Die sind immer ein bisschen weiter oben. Ich schwimme mal hoch, aber... Der minimap, die grünen Punkte. Die Luft wird langsam knapp. Ah, da! Ich glaub, ich seh sie. Die leuchten auch so, ne? Mhm. Du wurde mir gerade wahrscheinlich eine weggeschnappt. Oh, oh. Wenn du stirbst, ist nicht so schlimm, du spawnst wieder. Ist das da? Ja, eine hab ich. Ich bleib nur noch hier oben. Ich seh keine Kisten mehr. Ja, die sind jetzt... Guck auf der minimap. Ach, Entschuldigung, der Herr. Oh, oh, das wird knapp. Nein. Ich töte dich. Sie wurde mir weggeschnappt. Oh, da ist noch eine. Ich hoffe, es reicht. Oh, oh. Okay, Luft ist weg. Ja, du hast aber immer ein bisschen Vorrat, wenn du drei Stück einsammelst hast. Ja, aber das Leben geht schon runter. Ach so, dann hast du keine mehr. Ah, komm. Ah. Ach, ach, ah. Ach... Na der gute Gips hat mir die weggeschnappt. Aye, aye, aye. Warst du ich? Ja, ich war auf dem Weg zur gleichen Kiste wie du. asää. Das nenne ich halt mal Pech, ne? Ja. Ja, komm. So. Findet man hier auch Nemo? Leider nein, nur Heil. Die man dann Omnomnom. Ja. So ist das leider. Manchmal hat man das Gefühl, man kommt gar nicht vorwärts. Ja gut. Das Gefühl habe ich nicht. Der explodiert irgendwann an der Oberfläche. Ja. Da fährt einer mit dem Truck und versucht es uns zu stören. Mit dem Amphibien-Truck. Ach, der gibt's glaub ich hier wieder alles. Ich habe nur 2000 Trucker. Ich habe die meisten Trucker gesammelt, 17.000. Menschheit schwimmt unter Wasser an die Oberfläche, weil oben werdet ihr nur niedergeschossen von meinem Eumel. Ich habe keine Luft mehr. Atemgeräte liegen noch aktuell. Nein, nicht mehr. Oh, oh. Der hat Spaß, ne? Ja, ist so ein Retard. Immer das. Ich ertrink lieber. Anstatt dem das zu geben. Und jetzt Raketenwerfer auspacken. Hab ich gerade. Das habe ich gerade. Ja. Ach, das sind zwei lustige. Ah. Irgendwo ist hier der... der Pinky. Ah jo, mit der Minigun kommt er um die Ecke. Immer selber. Ah jo, ist klar. Mit der normalen Arcade keine Chance habe. Ja. Ach, warum gehe ich denn mit der Schrot dran? Naja. Ich habe doch keine Ahnung mehr vor dem Spiel. Mein ganzes Gold. Mein ganzes Geld ist weg jetzt. Nein, alles verlierst du nicht. Ja, aber ein großer Teil. Nein, nur ein Teil. Nicht alles. Ah, super. Jetzt habe ich alles verloren. Das ist halt immer so Spaß. Ich habe nicht mal gesehen, woher der kam. Da habe ich noch 4.000 von 17.000. Ich ziehe mich zurück. Und schon wieder. Das war's. Da habe ich gar nichts mehr. Doch. Unter 5.000 kannst du nicht fallen. Ja, doch. Das geht nicht. 5.000 ist die Schmerzgrenze. Die heißen auch noch gleich 2, ne? Mhm. Und ich werde beschossen. Ja, ich auch. Ich fahre viel zu lange mit dem Sniper. Ja, das ist vorbei. Ich löse den CEO-Vertrag auf. Dass ihr in Passiv-Modus gehen könnt. Oder wir verlassen einfach die Lobby. Nee, ich flüchte. Ich verlasse die Lobby. Okay, bock auf's. Hier ist mit Feuerwerker vor uns. Joint mir nach. Nee, ich bin auf der Flucht. Ja, ich auch. Ich will mein restlichen Geld noch eins haben, bevor ich die Lobby verlasse. In der neuen Lobby hast du es trotzdem. Was ich bar dabei habe? Mhm. Sicher? Mhm. Immer diese Anrufe. Die stören dermaßen. Das ist lächerlich. Ich bin trotzdem nochmal gesunken mit meinem Geld. So, wenn ich jetzt noch ein Auto kriege, dann bin ich weg. Die erledigen gerade jemand anderes die ganze Zeit. Ist gut. Ja, die haben gerade auf mich geschossen wieder. Auto! Der Rakete hätte mich getroffen, wenn ich nicht Geralt despawned wäre. So, ich bin weg. Aber aktuell sind echt nur volle Lobbys. Das bockt halt gar nicht. Oh, ich warte nur, bis ich schwere Sniper hab. Dann renne ich nicht mehr weg. Soll ich irgendwo warten gehen, oder? Nein, geh einfach auf Freunde und dann bei Hunter hätte ich ein Spiel betreten. Aber ich bin ja entkommen. Ja, leider kriegst du dafür nichts. Tö. 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 Frag mich aber echt, wo mein eigenes Auto ist. Welches? Tö. Mein schwarz-rotes. Es ist einfach nirgends. Kannst du es nicht bestellen bei mir, scheinbar? Toll, ich muss jetzt in die Warteschlange. Hunter, geh mal raus. Damit ich dir folgen kann. Ich suche mal eine neue Lobby gleich. Oh, nee. Doch, wäre gut, weil hier sind nämlich drei Leute mit Kopfgeld. Aber folge ich dann automatisch mit, weil ich bin ja jetzt im Ladevorgang. Nee, nicht automatisch. Mein Mechaniker sagt, es ist kaputt und wenn ich Morris Mirtle anrufe, meinen die, ja, aktuell sind alle Leitungen, aha. Vorhin sagen die, alle Leitungen sind, ja, belegt. Belegt, nicht kaputt. Also ich bin jetzt da. Guck dir das mal an. Ich muss 20.000 zahlen. Warum, weiß ich nicht. Bullshit. Ja, ich suche mal eine neue Lobby. Wo kommt denn diese Motorraddingens? Einladung. Ja, im Motorradclub habe ich dich nicht eingeladen. Irgendwann anders. Okay, da kam nämlich was. Ja, das kannst du über Jobs annehmen. Ach so. Alle Scheiß-Lobbys sind so voll. Ich weiß nicht, was los ist. Warst du schön allen drin? Nein, also? Doch, es waren allen drin. Ich bin 10.000 Lobbys durchgejoint. Ich habe jetzt eine mit 11. Ich join dir. Und auch nur ein Motorradclub hier drin. Ansonsten ist nix. What the fuck? Na, dann hinterher. Mir ist gerade mal aufgefallen, Vachilis, dein Charakter sieht aus wie du. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Zufall. Na, besser als ich, als wie Uwe. Obwohl, das wäre zwar geil. Aber Namen ändern kannst du hier drin vergessen. Wenn du dich auf Uwe umbenennen willst, musst du da wieder ein Jahr warten, bis du dich zurückbenennen kannst. Krass. Bei Rockstar. Tja. Oh, Plüsch ist online. Mhm, hab's gerade gesehen. Wir müssen kurz mein Kokain-Labor auffüllen. Christian. Ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Wo müssen wir da hin? Oh, weit nach oben in den Norden. Weißt du, wir brauchen ein Flugzeug? Ja. Absolut korrekt. Ich organisiere was. Du hast deine Einladung bekommen, Vachilis. Aha. In der Jobliste, ach ja. Mhm. Oh. Ich hoffe, der Name sagt dir mehr zu. Auf. Folge er uns. Ich muss mal in meine Zweitgarage gucken. Oha, die Bonze. Oder besser gesagt, in meine erste. Was haben wir denn hier alles? Hier ist kein Heli. Doch, da vorne ist einer. Nein, ich nehme mal die Indien hier. Vielen Dank.